warum bist du so alea na ist auch mein hasseis pokémon das hat quatsch das hat quatsch hoplo einfach der geilste starter von allen ottero feiere ich auch sehr er botos werden wir hoffentlich häufig sehen elektro ist mir egal es gibt schon abzug dass er bei eis nichts ausgewählt hat er ist ob lovin und rex ich weiß ich weiß ich weiß capoeira übergeil am vierer geil stand fest ist mir egal nur kann ich verstehen wenn man den hälfte knirfisch kann ich verstehen wenn man den hättet aber ich mag den um und mag ich ich verstehe aus frank sicht das ist natürlich weil ich frank kenne warum er wolverock nacht hatet ihr müsst überlegen das ist wie als wenn marcia nur eine form hätte die ich einfach sehr also marcia ist ja mein lieblings pokémon und wenn der ja lycan rock ist sein lieblings pokémon plane aber lycan rock tag deswegen ich check das schon dann dragopult hate finde ich auch den 10 vibraber hate macht mich sauer die bling peter kann ich verstehen wenn man den hält du radon kann nicht anders denn wenn man den hält und florgas hate check ich auch nicht ich liebe pilzebub auch aber man kann ich glaube wir sind uns alle einig chat es gibt leute also es gibt pokémon die man selber fühlt aber man kann verstehen wo kann man diese liste machen einfach mal pk diagramm googeln das was da oben steht aber ich glaube wir alle kennen solche pokémon bei denen weiß man jo wir finden die zwar cool aber man versteht schon werden leute die haten so glurak zum beispiel wie gesagt auch ein knirfisch den ich zum beispiel auch sehr gerne mag aber ich verstehe schon dass leute den halt nicht fühlen so ich gebe der liste 3,5 ja was soll der kollege hier sauer bin ich glaube hier werden deutlich schlechtere bewertungen hageln so da kommen wir als nächstes zu flipper ne 3,5 ist scheiße 3,5 ist schlecht auch hier ist wieder 1 bis 10 wenn du 10 hast dann finde ich deine meinung gut 3,5 ist scheiße heitara kann ich an der standen kombassen kann ich an der standen ich liebe hisui pike ja krasser kann ich verstehen wollte da kann ich nicht so wirklich verstehen nein man 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 will gut glaube ich obm ich mag bis geodon ich liebe also ja auch stefens aber sie auch sagen meister als mein lieblings pokémon er zirpeise fühle ich hobeluf kann ich verstehen wälzer mag ich gegen mystery dungeon ah ja das kann ich verstehen ich finde fernosa übelst cool aber ich liebe alle ähm ultrabästchen willi übelst der gewinner makabaya übergeil saigert 100 prozent sehe ich aus der einzigen perspektive das was jonas gerade schreibt zu viele raids gemacht das das fühle ich den call fühle ich ansonsten ist er ja ultra sick aber er hat auch penisse an seinen beinen muss man dazu sagen kalamaneiro ultra geil ich mag urdiaga auch nicht so gerne aber er hatet die einfach beide ich glaube er findet ne flipper mag glaube ich einfach keine veränderung und pantymos ist ja mal ein gewinner aber es nicht ganz so terrible wie franz ich würde deine 3,6 geben okay dann kommen wir zu kay und kay hat mildtank kann ich an der standen grillmark ist ein übelster chiller das verstehe ich nicht bei londar kann ich verstehen übelster hässling paras pass für dich wählt liest nachricht liest nachricht darunter change paras auf abortos und käfer auf paras okay finde ich gut pass wegen pl a ähm ja plusle warum jetzt der plusle hate was soll denn das jetzt gravell feiere ich unnormal pass ist ja bei ilumise hypno kann ich verstehen super kann ich verstehen ich liebe mega garchomp aber ich kann verstehen wenn man den nicht so mag toxel hate toxel hate auch wild okidoki bittura mruda ich weiß jetzt ganz genau warum ja 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 mruda ist auch bisschen wild mruda ist geiler ja 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 wie gesagt keilflamme ist finde ich auch immer noch schwierig für lilo kann ich verstehen warum steht er mittlerweile auf zwei beinen lo moin tagi tag star dankeschön für den resupp sehr 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 appreciate dankeschön vielen 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 dank danke 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 schön vermikula kann ich auch verstehen zu mir kann ich verstehen ich würde der liste eine 8,3 geben actually ich finde die sehr viel nachvollziehbarer auch sachen dabei die mich stören die ich eigentlich gerne mag wie zum beispiel mega knallkack oder toxel oder moruda ähm oder kravell oder plusle aber käme einfach zu oft anker ist er selbst hast true oder gremac aber die liste finde ich schon deutlich nachvollziehbarer als die anderen ok da kommen wir zu dock ich bin gespannt ob wir ein paar ich weiß dass du die sehr fühlst richard aber ich bin gespannt ob wir ein paar zwiebs oder vermieb sehen werden ok wir kommen zu dock das ist eine sehr wilde liste ach du heilige scheiße ok chancy kann ich understand glura kann ich understand toxapex kann ich understand tropius kann ich understand wieso verhalten so viele leute wie elektro das übelbild mega fernator kann ich understand axanto kann ich nicht so ganz verstehen mega mutui wahrscheinlich dock wegen ähm wegen unite zwaron ist ja finde ich neutral skorgo mag ich megabino maybe wegen competitive fro kann ich verstehen hisui arctilas kann ich verstehen konas barabreiter wahrscheinlich auch wegen competitive duodino ja ist mir egal nachtara könnte ich mir auch vorstellen wegen unite aber vielleicht findet dock nachtara auch so overhyped wie ich kargoron liebe ich aber kann ich auch verstehen wenn man den nicht so mag und kupidos kann man natürlich auch understand ich mag sehr viele pokémon von denen aber ich verstehe woher docks hass kommt deswegen gebe ich der liste eine 6,8 ja ok als nächstes kommt psyokai mit guck mal da kann ich understand heechin kann ich understand boah heechin auch ein contender bei mir alter macht er pelipa ne jetzt reichts marakamba hatet doch niemand unironisch marakamba oder zapplerrang ja kann ich verstehen wenn man den neuen sprites mag gilatwino tropo ist gilatwino gilatwino weiß ich nicht und puponcho hast lablane viel spaß kam aber gut wie ac aber nicht wack puponcho übergeil knirflisch kann ich verstehen hanschkrow lol wild hanschkrow für nicht wild gastrodon den geileren was ne ne kann es ja wie sein dass dass der psyokai die farbe pink hasst einfach bei gastrodon und apokalypte die jeweils pinke form genommen kann es sein dass psyokai frauenhasser ist oder so weiß ich nicht also bin ich jetzt bisschen unfair von ihm hmm ja gustella wie gesagt kann ich auch wenn sie keldio hate i don't know check ich nicht okay ich check warum man keldio hatet ähm habt ihr den kurem film gesehen chat den keldio kurem film keldio ist schon ein opfer in dem film oder da sind wir uns schon einig also ich liebe keldio als pokémon aber ich check nicht warum der im film so ein opfer ist ja 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 in dem film fünf 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 das check ich nicht der ist im film der drittklässler der sich mit dem achtklässler äh erlegt ja 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 true der ist schon echt riesenloser ja und das finde ich so schade weil in meinem kopf ist keldio immer so der krasseste von den vieren checkt ihr willkommen auf deinen discord ausrufezeichen discord das ist halt so das ding äh ja talatora kann ich alles selten apokalypt weiß ich jetzt nicht muss nicht sein schon wieder seigert lol okay ja gut aloastrobilika kann ich verstehen tuemaru liebe ich aromatis kann ich verstehen all in all gebe ich der liste eine knackige 7,2 karri der einzige der nicht von redlichkeit profitiert obwohl er zu den rittern der redlichkeit gehört so ein opfer hallo seine wasserdüse wird stärker obm denk doch mal nach ich finde das irgendwie nicht was findest du nicht ah du kannst okay dann kommen wir zur honors liste anna hasst diese affen niemand braucht keldio bin ehrlich ja und die flip turn true nicht die wasserdüse okay eniko hasst finde ich wild grillen cheater ist so geil ja ich verstehe aber wenn man die affen hatet ich finde einige sachen nachvollziehbar ich selber hate sie nicht aber ich finde sie nachvollziehbar nicht so wie die person bei meinem dings ähm hier ich hab ne ich hab ja meine starter tier liste auf dem razer vod channel hochgeladen ausrufezeichen vod chat abonniert alle razer vod damit er die tausend abos knackt damit ich den monetarisieren kann damit lu geld bekommt bitte alle jetzt razer vod abonnieren sofort ausrufezeichen vod jetzt sofort rein da okay und zwar ich hab ja ich hab ja ein 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 video also lu hat das video fertig gemacht ich ranke alle popen und starter meine starter tier liste und die ist ein bisschen viral gegangen und da sind wilde leute in den kommentaren da ist jetzt auch ein neuer kommentar von matthews sein kommentar ist einfach nur kontrovers aber den winzigsten kommentar finde ich immer noch von lolorti digga nach 40 sekunden hatte ich schon keine lust mehr what the fuck turbo lada ist doch objektiv eines der coolsten designierten pokémon aller zeiten also gwnebel ich glaube er hat mit turbo lada tur talk gemeint ähm aber äh aber ich liebe es wie die person meine meinung hatet und dann sagt ist doch objektiv das coolste designierte er hat wirklich designiert geschrieben pokémon aller zeiten designiert hört sich so geil an sollte ein wort sein ja for real for real aber dieses objektiv finde ich so witzig ich finde das so funny no joke oh chat wie viele abos 7 neue abos nur auf razer vod chat da gehen aber mehr wir sind ja über 100 leute hier da habt ihr eindeutig noch nicht razer vod abonniert denk doch mal an lu die muss doch auch geld verdienen der kanal muss doch monetarisierbar werden denk doch mal an lu ich bin schon ehrlich ich war das gesamte video auch wütend als du direkt so kacke mit turbo lada angefangen hast true true understandable hä meine subjektive meinung ist ganz klar objektiv wohnermes ziel aka wohnermes ziel wohnermes ziel wohnermes ziel wohnermes ziel wohnermes ziel nachti es geht ja nicht um mich es geht für lu ok 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 also ähm oh hab abonniert und kommentar gelassen da schauen wir direkt rein für den algorithmus oder wie ähm 490 abos so eine schlechte lisp aber der typ sieht ganz gut aus naa süß oder meinst du turbo lada ok auf jeden fall ja wenn du sagst mach abo jetzt schnell ganz ohne reden ist es auch ok ja ist true ähm ja auf dem pokemon channel richard Oh, OBM, lass mich gucken Stark, 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 stark Okay, also wie gesagt, ich check, warum die Affen hatet Arboritos sowieso das hässlichste Opfer Eisendorn Kann ich respekten Kavell mag ich sehr gerne Fastelka find ich cool Megalamus find ich auch nicht so cool Ich hab auch überlegt, das Fassersnop zu nehmen Aber ich wollte nicht als Frauenhasser Abgestempelt werden Aber das Das Fassersnop ist schon Objektiv Viel schlechter als das andere Okay, Morave Understand ich zu 100% Arostella Ist doch sowieso Nein, Maja, ich liebe Frauen Einfach zweimal Frauenhasser in der Liste Oh, True Honor Oh mein Gott Holy Shit Jetzt wird's aber wild Jetzt, das geht aber in eine wilde Richtung hier Wir haben noch keinen Plan gemacht, Nebel Weil ich noch gar nicht weiß, wie lange der Epilog geht Heute spontan Ja, Arostella Ja, Arostella Er ist der nicht Megascabon Er ist der nicht Tantoran Er ist der nicht Apokalypt Wie gesagt, ich verstehe Pokémon mit mehreren Formen Wenn man dann eine Form wählt, die man halt weniger mag Das kann ich checken Perfekt, Richard Wir werden die auf jeden Fall nicht alle heute machen Aber wird auf jeden Fall Kein Plan, ob das Megalatios oder Megalatios ist Okay Ich finde einen von den beiden cooler Das entscheidet deine Bewertung Oder welcher von den beiden ist das? Ist das Megalatios oder Megalatios? Ich hoffe, dass die dasselbe Design haben Respekt dich Phililo kann ich verstehen Burmadame finde ich witzig Und Kubidos Ich finde ihn gar nicht so kacke Nein, Anna, falsche Antwort Latias ist ja cooler Oh, aber auch richtig, was Jonas sagt Nee, nee True Jonas, true Schade Oh nein, war wirklich Frauen hasst Also Galatios hasst ja Ähm Okay Ich gebe der Liste eine 5,4 Eine 6,4 Actually, ich kann sehr viel relaten Ich würde nicht mit Übereinstimmen, aber ich kann relaten Ich bin keine Neko Hasane Okay, als nächstes kommen wir zu Konsti Okay, Fluffluff habe ich auch überlegt Delfox verstehe ich Bitora verstehe ich Chongjian Ja, ist okay Ich check den zweiten von Pamamomamo Habe ich auch drüber nachgedacht Kravail Ich weiß, viele von euch haten Kravail, aber der ist so cool Anine, was geht? Kravail ist ja so sick Äh, Megasherox Ja Ist mir eigentlich egal Flatutu kann ich verstehen Ähm Eisenhals ja übergeil Galaflund schläge ich nicht Den Affen verstehe ich Thro werden wir wahrscheinlich auch, glaube ich, einig sehen I don't know Lunastein finde ich mittlerweile cool Jetzt wird auch noch das kleine Quabbel gehatet Können wir aufhören, Frauen zu haten? Wo kann man das machen? Äh, google einfach mal PK-Diagramm, Tobias Ähm Pescagon feiere ich Alorastubi, die Karte kann ich respekten Ich hoffe, dass wir Burmadame Ich sage, Burmadame Lumpenumhang ist halt Ähm Ist halt, glaube ich, ein Stil-Pick, der wir häufiger sehen werden Weil es gibt nicht so viele Kack-Stil-Pokémon Aber ich sehe den halt nicht so wirklich Deswegen, I don't know Karte vorabend und jetzt den Stream hier genießen Gab es gestern eigentlich noch das Shining-Sosilver-Halko? Ne Leider nicht Leider, leider nicht Wir haben noch bis 9k gemacht, aber Wir blieben tatsächlich leider Shiny los Leider, leider, leider Leider, leider, leider Aber ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend Äh, ja und hinter mir ist Aromatist Aromatist werden wir bestimmt auch häufiger sehen Bin übrigens am Starter-Hunten Und wenn es da nicht mal Knallt, landen Memeon und Flemdy auch auf die Liste Memeon gönnt nach 5 Sandwiches bisher nicht Und Flemdy bin ich auch beim dritten Hab da aber auch einen Hopplo bekommen Der hat noch einen Sandwich Free Aber ja, die Starters Viel zu easy zu bekommen Und entwertet Durchs DLC Aber ehrlich Unlucky Aber auch Aber auch halbe Bibel Torchig kann man ja nicht haten Ja, check ich schon Ich finde die Liste Trotzdem zu einem gewissen Grad Sehr relatable Ich würde der Liste eine 8,6 geben Auch wenn ich einige Pokémon dort mag Aber ich glaube das wird Immer darauf hinauslaufen Dass ich einige Aber hat stark angefangen In der Mitte ein bisschen nachgelassen Aber dann Ende nochmal Nicht schlecht geworden Okay Dann Mystic Als nächstes Ja, das ist halt auch dieses Er hat dazu geschrieben Wahl aus Optik Und persönlichen Problemen Und Ich hab ja auch manchmal So persönliche Probleme Mit Pokémon Mh Ähm Das hab ich ja auch ab und zu Dementsprechend ja Check ich, check ich, check ich Check, check Komm mit dem Backpack Okay Oh, Jetpack Ach, scheiß drauf Gut, wir kommen als erstes zum Militank Check ich Kurde Und Pelepa Hast du Sonne und Regen Viele mögen Ach, scheiße, wir müssen Copy-Paste Halbe Bibel Kurde ist mein Lieblings Shisha Meine ist Mokmok Persönliche Differenz mit Pokémon Zorak Schuld mir zum Beispiel Okay Ähm Ja, Parasek schon wieder Guck mal Strife Wir haben jetzt schon mehr Parasek In 5 Hasslisten gesehen Als wir in allen Als wir in 300 Lieblingslisten gesehen haben Viele hassen ja Vaporeon Das kann ich verstehen Aber wusstet ihr? Nö, wusste ich nicht Und will ich auch gar nicht Ja, ich verstehe schon Wenn man den Kubrin hatet Ich glaube, es geht explizit Um den Kubrin Voltenzo-Hate finde ich wild Zensekt Feiere ich eigentlich Somnivora Finde ich auch cool Ja, aber Ich check schon Wenn man Parasek hatet Ich check eher Dass man Parasek hatet Als dass man ihn fühlt Kubidos kann ich verstehen Grabbit kann ich verstehen Miriador Mag ich zwar gerne Aber kann ich verstehen Kosturso Mag ich Aber kann ich verstehen Potrot-Hate Kann ich respekten Wenn man mit Bunter über Potrot geschrieben hat Dann verstehe ich das Potrot hatte ich auch jetzt überlegt Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich Aber ich verstehe auch Wenn man Potrot-Hate hat Wenn man mit Bunter geschrieben hat Stimmt, wir haben jetzt Bunter 4 Ähm Zen Long Ordner toll Ist übergeil Ordner toll Ist sehr, 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 sehr cool Zen Long Finde ich auch sick Für Lilo kann ich respekten Knattertox Ist, glaube ich, der große Knattertox Heißt der, glaube ich I don't know Er ist Knattertox Finde ich actually fine Ich liebe den Englischen Namen Von der großen Entwicklung Ravarum Und Sabayone mag ich auch Boah, ich kann einige Sachen Sehr gut nachvollziehen Und andere Sachen gar nicht Zum Beispiel Ordner toll Chat, könnt ihr den Ordner toll Hate verstehen? Also Ordner toll Check ich null Ja Wegen der Evo Methode Okay Ja, okay Check ich Check ich Check ich Check ich Check ich Ja, ja Ja, ja Belex Okay Ich understande Ich understande Alles klar Bis später Ruffy Nebel, bist du so lieb Und schreibst noch in die Titel Am Anfang 15 Uhr Epilog mit rein Bist du so lieb Ich glaube, den hast man Weil er Allgemein ist Ja, doch Check ich Check ich So Dann Achso, ich habe der Liste noch keine Bewertung gegeben Na, ich gebe dir eine 7,1 I guess Dann kommen wir zu Ben Als nächstes Ach du Scheiße Hier geht's wild her Okay Also Le Chonk Wäre bei mir wahrscheinlich auch Und Bin jetzt ja noch höher Aber Wohin muss man es schicken Auf meinem Discord In dem Pokémon Channel Ich finde Le Chonk Auch kacke Flamara Finde ich Fein Agilusa Verstehe ich Chestnut Verstehe ich Aber mag ich Pritzigil Verstehe ich nicht Ich finde Le Chonk Auch kacke Nach die Das sind die Hasslisten Ja Ich mag Le Chonk Auch nicht so gerne I don't know Rosanna Kann ich verstehen Spinsidias Kann ich verstehen Panemos mag ich Aber kann ich glaube ich auch verstehen Piculente verstehe ich nicht Pupita verstehe ich nicht Aber der ist einem glaube ich egal I guess Ja, ist okay nach die Ähm Ficine Pity Feier ich Legios Feier ich Humadolid Feier ich Die drei hier sind Komplett crazy 20 Minuten Noch Ding Dong Ich glaube Nebel ist nicht mehr da Scheiße Und Ruffy ist auch gerade gegangen Wir haben keine Mods mehr Es ist vorbei Nein Alles geht unter Ja dann scheiß drauf Mh Knapfel Feier ich Adolradikal Hab ich auch ne Liste Äh Kann es nicht in Pumot Challenge Schicken Doch eigentlich schon Tobias Oh das ist sehr sehr sweet Ruffy Du bist ein Schatzi Regisil Check ich nicht Und Granbull Verstehe ich Boah sehr durchwachsen 5,9 5,9 5,9 Ja Okay Snacks Wir als nächstes Grab it Understand Ich Was nicht heißt Dass ich die auch fühle Immer ein Positiv True Man True McMortar Boah Weiß ich nicht Hält man McMortar Schon wieder Frauenhass Was soll denn das hier Leute Stopp jetzt hier Gleich kommt Nebels Liste Okay ich sehe schon etwas Was so Nebels Liste ist Wir hören nach der Liste auf Chat Wirklich vertraut mir Schaut euch nicht Nebels Liste an Wir hören nach der Liste Erstmal auf Ähm Ja McMortar wie gesagt Kann ich respekten Panemals auch Wegen Unite Okay ich check ich check ich check Ähm Wo stehe ich jetzt rein In den Pokémon Channel Oder Schon wieder Toxel Damn Toxel eigentlich über cool Bidifast Verstehe ich Kann ich schnell sagen Weil Lara nicht das Ja ja Nach die Nebel Chillinge finde ich Fein Toxel Check ich nicht Dachte Toxel Vergisst man Ja Aber Reflex Irgendwie nicht Das finde ich witzig Rosanna kann ich irgendwo Verstehen Megaskabond irgendwo Panemals irgendwo Kobidos irgendwo Eisdraht irgendwo Aber ich mag Eigentlich fast alle von denen Also Megaskabond jetzt nicht so Aber Hat Nebel auch wieder Parasek Wild Kravail auch wieder Selbes Problem Benesaro finde ich auch Selber Kacke Ähm Perfekt Tobias Stop Du hast Aufrauen Jonas Ach du Scheiße Alola Geowatz Übergeil Apokalyb Cool Ich finde beide Formen auch fein Toxel ist doch Objektiv Unhassbar Kann man den auf die Liste packen Ich glaube die Leute Hasen einfach Babys Oder so Woodjager Finde ich fein Würde ich jetzt auch nicht Auf die Hasslisse packen Mobtiff kann ich verstehen Hä Den kleinen Ticketen Ist ja Übersick Und hinter mir Snowball Ich gebe der Liste 4,9 Frauen und Babyhasser 4,9 würde ich der Liste geben Ja Ich gebe der Liste Ich gebe der Liste Ich gebe der Liste Ich gebe der Liste Untertitelung des ZDF, 2020